Ah ja, in den große Kackenhaufen. Wut gemacht? Gute Arbeit, Besucher. Ich scheine bei meinem Abend teuer die Zeit vergessen zu haben. Geh und lass mal wissen, dass ich jeden Tag bin. Obwohl ich vermute, dass der Gestank unserer Ziel ist bereits in Ruhe recht. Da kann ich den noch abkürzen. Das riecht irgendwie danach, dass hier irgendwie irgendwo was ist. Aber da ist nichts. Stinkt förmlich nach. Ey, hier ist ein Klepptreppteil oder sowas. Das riecht. Das riecht. Das riecht. Das riecht. Das riecht nicht. Das riecht nicht. Das riecht nicht. schick mich mal gleich wieder weg du stehst was ist das hier schick jetzt noch mal zu paar latschen naja wenn ich schon mal hier bin oder vielleicht springt ja ganz am schluss eine geile waffe raus ich bin schnell mit dem messer alles davon wo ist denn besi wie ja ich da raus oder was ich weiß ich es unterhalb aber ich bin schon mal hier bin in der richtigen reihenfolge brauchen wir in der richtigen reihenfolge wir brauchen wir mal die reihenfolge die mir angezeigt wird da fließt das kolloidale kobalt das nächste ventil ist auf der anderen seite siehst du es ja 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 Oh! Oh, Ellie erzählt jetzt auch nicht mehr weiter. Ja, wo ist es denn? Da sind ja noch oben noch mehrere Ebenen. Aber es ist auf dieser Ebene und etwa da. Da, ja. Die Schiele sind da oben! Die Schütz, ich muss... Dann irgendwie außen hoch. Vielleicht hier? Ja. Ja. Vielen Dank. Wahrscheinlich sind die hier drauf und dann? Ach, das ist doch scheiße. Das muss ich ja alles nochmal machen, jedes Mal. Es ist doch zum Kotzen. Es macht doch keinen Spaß mehr. Es macht doch keinen Spaß mehr. Es macht doch keinen Spaß mehr. Um da wieder abzurutschen. Nee, ohne Scheiß, wie soll es hier weitergehen? Okay. Okay. Das hier? Dann doch, da läuft noch was außenrum. Außenrum. Wie soll ich denn da hinkommen? Ach, warte mal, da musst du drauf schießen. Und schließlich die Kirschkohle. Bessie hat alles, was sie braucht. Steig auf das Dach und bring sie zum Lauf. Ich bin noch nicht schwindelfrei. Zeit zum Aufwachen, Bessie. Und gerade noch rechtzeitig, denke ich, die Mistkale kriechen auf der Hölle direkt vor unserer Haustür. Könntest du sie mit Bessie der Horbitten zu verschwinden? Meine Bessie sind bereit. Ja. 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 Was ist das mit Bessie? Sie muss doch da drin stehen. I will be back Twitter die Banditen Ach das ist Bessie da oben. 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 Bessie da oben ist Bessie da oben. Hm? Anni ich weiß wo du deine Akkus hast. Ah voll. Dann pack ich die geilen Sachen mal im Tresor. Bis der voll ist. Wie viel Platz hab ich denn noch? Eins. Ein einzigen Platz hab ich noch. Ja. Dann überleg. Ja da tue ich den da rein. Und dann hier diesen. Warte mal. Sehen da. Einen davon. Ja. Ja.